Wenn ich eine Gruppe habe, nur als eine Gruppe will, dann kicken ich nur das selbe Ding an. Wir waren verschiedene Antworten, wir waren verschiedene Dinge da. Das ist ein Exzident, und die Präger kommt das erste ab diesem Exzident. Und so heute, heute hast du da besorgt, sind die Menschen maglich, sind sie safe. Hast du irgendwer verwandt. So heute geht es, und fragt die Frau, woher du willst, hast du noch keine, bist du befreit, bist du nicht? Hast du weiter? Und so heute ist es sehr besorgt. Er nimmt da einen langen Tod, und er merkt, dass diese Menschen all aus sehr maglich sind, weil er nicht kommt, die heilen, aber er ist nicht ein Doktor, aber heute der Präger, der Pastor, er merkt, dass diese Menschen sind, woher du willst. All right, so, er ist besorgt, und er ist besorgt, und er ist besorgt, und er ist besorgt, und er ist besorgt, dass die Menschen sind, dass sie gesund sind, die Menschen sind, die Menschen sind, die Menschen sind, und er ist besorgt, 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 Und hier kommt ein Schluss, dass die Menschen so etwas lehren, die so etwas lehren, die so etwas lehren, weil sie eine Erkenntnis haben, dass sie da, dass es accidentlich passiert ist. Und hier fangen wir an, wo Menschen die lehren, das ist, weil sie lehren ab dem accident. Der nächste kommt der Profit. Der hat wohl gewusst, dass das accident wird kommen. Der hat um 3 und 2 werkt, dass das accident wird sein. Und in diesem Traum können es sein, dass alle überleben würden. Er nimmt und er bett und er denkt, dass die Gäste von dort war und er glaubt, dass das nicht passiert wird. Und so hat er in die Gästliche Welt gesagt, keiner wird hier gestorben, alle überleben. Er kam durch den accident und er hat drei Füße gewusst. Und er fangt an die Menschen zu sagen, hey, du bist verraten für das. Und Gott hat dir diese Gäste gegeben. Und jetzt haben wir die Schlage gegeben, wenn du bist hier. Und Gott will die beraten für die Gäste in die Welt. Und er rupt die Menschen in ihre hohen Rütenhäfte ab und sagt, hey, das ist für was du gekommen bist. Worum du hier bist. Und in diesem accident wird Gott brötten, dass du gekostet. Grote Dinge tun für Gott. Und Menschen, die fallen sich ermutigt und sind ganz begeistert. Aber ja ist das. Ja, das wird er erst. Hier, wo wir von der Sünde gekommen sind, wir waren wahrer Gott dein. Und er fragt, Mensch, wenn du bist gestorben sind, wirst du im Himmel sein oder in der Halle sein? Er fragt, was du mit deinem Gesicht hast. Und er fragt, wo wir stehen im Himmel erheb? Und er fragt, wie du all matlich legen kannst, was du all matlich legen, die zu den Pastor, was du all die Dagen geeft, den Intesten gebraucht, dass du ihn matlich legen kannst. Und er fragt, wie du es geht. Und dann gibt es die Menschen, die stunden, die kommen, die hier in die Tauern. Und er fragt, wo wir hierher kommen. Du hast keine Sicherheit. Wenn du hier wachst, wachst du natürlich auch was ein Exzident haben. Was fliegt dein Ziel. Wo wir dein Leben haben. Und so Menschen, die beheeren sich nur. Und er fragt, wie wir in die Tauern. Und er fragt, wie wir in die Tauern kennen. Und er fragt, wie wir in den Tauern kommen. Und die Menschen, die waren sich alle hierher. Und er fragt, wie wir in die Tauern können. Und er fragt die Apostel mit diesen Exzident. Was ist die Apostel? Und er fragt, wie er uns begnt für die Menschen. Und die sind vor allem. Und er fragt die Menschen. Und er fragt die Menschen und die Menschen nach der Tauern. Und die sind alle, wie Menschen, die sind, wie Menschen. Und er fragt und er fragt, wo Gott hier alle geredet. Und er rupt die Kroh vom Himmel rauf, was er ist, und sieht, was im Himmel ist, was er hier passiert. Und er fang eine Show an. Wo sie Menschen lernen, wenn sie in ein Accident kommen, wo sie beten für Menschen, dass sie gesund werden wollen. So, das sind die vier guten Goldskarten. Und das kann sein, das seltsche Accident, das seltsche Situation auf dieser Welt, der drei guten Gold der verschiedenen Trofen.